Wir wurden alarmiert zu einer Person im Wasser. Vor Ort stellte sich aber heraus, dass es sich um eine Personenrettung aus einem Boot handelt von der Ems. Die Schwierigkeit war, dass wir nicht direkt zur Person rüberkommen konnten. Wir auch keinen Kontakt zu dieser Person hatten und somit nicht genau wussten, was dort los war. Wir wussten lediglich vom Rettungsdienst vor Ort, dass es sich um einen medizinischen Notfall auf dem Boot handelt. Wir haben versucht, mit dem Rettungsdienstpersonal schnell rüberzukommen mit einer langen Leiter, sodass die rüberklettern von Festland zum Boot. Dieses war aber nicht möglich. Als dann das Behördenschiff vor Ort war, traf auch gleichzeitig der Rettungshubschrauber ein. Die haben dann einen Notarzt und einen Rettungsassistenten oder Notfallsanitäter runtergewünscht. Die haben dann die Erstmaßnahmen eingeleitet auf dem Schiff. Von da aus ist dann später die Person auch über den Hubschrauber runtergeholt worden und an Land gebracht worden zu dem Rettungswagen. Zum Patienten kann ich nichts sagen, außer, dass mir ganz kurz gesagt wurde, er hat durch die zeitliche Verzögerung keine Folgeschäden erlitten. Er ist auch selbstständig vom Hubschrauber zum Rettungswagen gelaufen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Geil. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.